Hey Leute, wir sollen in diesem Video davon überzeugt werden, dass auf diesem Bein nicht das Tattoo von einem alten, schlafenden, knollennasigen, kahlen Mann zu sehen ist, sondern man soll eine heiße Frau sehen. In den Kommentaren stand, dass man das Bild dafür drehen muss. Also machen wir einen Screenshot, denn wir wollen diese heiße Frau sehen. Wir haben es gedreht und gewendet und immer wieder in aller möglichen Positionen. Aber die versprochene heiße Frau war einfach nicht zu sehen, sondern nur ein alter Fuck. Das macht aber gar nichts. Wenn es keine Frau zu sehen gibt, malen wir sie uns einfach selbst. Also wollte ich kreativ sein, die Konturlinien benutzen, um ein neues Bild daraus zu machen. Das hat aber irgendwie gar nicht geklappt. Ich habe mir mein Motiv angesehen und dachte mir, fühle ich nicht. Die sind zwar süß, aber das kann ich besser. Also habe ich mir gedacht, die fangen das ganze Ding an zu rennen, um ein bisschen mit dem Angeberlook zu kommen. Nur um festzustellen, fühle ich nicht. Guck es dir an, das kann ich besser. Also habe ich ihre rote Haare gemacht. Nee, guck, das knifft ein bisschen. Hey, weißt du was, die macht ihr Haut jetzt einfach schwarz, ist mir scheißegal. Das wird jetzt ein kontroverses Video, das wird jetzt Ariel. Warte mal, haben mehr Jungfrauen Ärsche? Ich weiß nicht, ob die Ärsche haben. Ich mache da jetzt einfach eine Kugel raus, oder? Das passt doch auch, oder? Du musst weg, das ist ein Ariel-Solo-Bild. Nein, scheiß auf Ariel, wir machen da jetzt eine nackte Frau drauf. Anatomie und so. Nee, weißt du was, wir machen doch ein Ariel draus. Ach, keine Ahnung, ich brauche eine Pause. Und so oft ist Gott, also besuch mich dort. Okay, wir geben dem Ganzen noch eine Chance, aber wir fangen nochmal ganz langsam an. Also hier einen Strich und dann... Boom, eine fette Schnauze. Boom, Auge rein. Boom, Pupillerei. Boom, Hintergrund weg. Das ist ein verdammt geiler Raptor-Gewort. Weißt du was, fühle ich nicht. Guck es dir an, das kann ich besser. Obwohl, weißt du, an wem mich der Typ hier gerade voll erinnert? Also weißt du was, dieses Video ist bis jetzt schon so bescheuert geworden. Ich übermale das jetzt alles nochmal. Und wir schlagen nochmal in eine ganz andere Richtung ein, wie wär's? Das ist jetzt einfach ein Dämon aus der tiefsten Hölle. Eine Verkörperung von unserer Dunkelheit, unserem Schmerz und unserer Angst. Unsere Dunkelheit, die wir vor der Gesellschaft verbergen müssen. Unserem Schmerz, den wir vor allen anderen verstecken müssen. Und unsere Angst, niemals so geliebt zu werden, wie wir es uns wünschen. Damit steht dieses Bild für kulturelle, psychische, ungesellschaftliche Probleme, die jeder von uns tickt. Und hier haben wir das Tattoo von einem alten Mann auf einem Oberschenkel. Also wenn ihr mal eine Zeichenblockade habt, malt einfach über random Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.